Du wahrer Gottes- und Mariensohn, du König der Auserwählten, wie süß ist uns dies Lebenswort, nachdem die ersten Väter schon so Jahr als Tage zählten. Dass Gabriel mit Freuden dort in Bethlehem verheißen, O Süßigkeit, O Himmelsbrot, das weder Grab, Gefahr noch Tod, aus unseren Herzen reißen. Untertitelung des ZDF, 2020 Er findet er hemmliche nördliche Ferne, die nach euch verlange die gläubige Brust. Er füllt, ihr hemmliche göttliche Fräule, ihr hemmliche göttliche, Bläume, die nach euch verlange die gläubige Brust. Er verliert, ihr hemmliche göttliche Bläume, ihr nach euch verlange die gläubige Brust. Die Seelen finden die kräftigsten Triebe, der bretzigste Läume, der bretzigste Läume. Der bretzigste Läume, der bretzigste Läume, der bretzigste Läume. Der bretzigste Läume, der bretzigste Läume, und schmecken die gläubige Brust. Der bretzigste Läume, der bretzigste Läume, und schmecken die gläubige Brust. Er füllt, ihr hemmliche göttliche Fläume, die nach euch verlange die gläubige Brust. Er füllt, ihr hemmliche göttliche Fläume, ihr hemmliche göttliche Fläume, Er füllt, ihr hemmliche göttliche Fläume, ihr hemmliche göttliche Fläume, Musik Musik